So leute und damit wieder ein herzliches Willkommen. Alter, wie schaut denn der Hulk aus? Richtig nice! Hu! Hi! Oh! Okay, neue geheime Mission von... Okay, 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 dann müssen wir wahrscheinlich mal bei dem... ...Ziel hin? Ja, genau. Okay, der okay. Und, oh! Mission abgeschlossen, wie... Geil! Also, das... ...hat ja richtig lange gedauert, Leute. Bis wir mit der Mission da fertig waren? Boah! Ich bin beeindruckt und belassen es dabei. Ah, okay, okay. Dann müssen wir mal dorthin. Also, ist das jetzt wirklich nur von A nach B? Weinst du, du hast das Zeug dazu? Und wie? Ah, jetzt müssen wir mal dorthin. Also, dann dauern wir noch was lang. Alter! Wäre richtig nice, wenn du da vielleicht irgendwie sowas... ...schnelles bist, wie... ...wie... ...Quicksilver. Oh, das wäre richtig nice. Hey! Alles klar? Hi! Und wie? Und schon die Mission abgeschlossen. Also, es beginnt ja schon richtig nice hier am Anfang. Ha! Ha! Kannst kaum erwarten, es in meinem Blog zu erwähnen. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Ja, dann nehmen wir uns das einfach mal mit. Was haben wir denn da schönes bei der Shiva? Hallo, Vetter! Ha! Vetter! Alter! Da hättest du mit Nalk! War ja nicht aggressiv auch noch! Aha! Und... Ja, dann können wir eigentlich hier wieder die Mission angehen, wo auch immer wir hinwollen. Oh! Boah! Schaut richtig nett! Ja, also richtig nett! Aber... Wieso habe ich das Gefühl, dass du einfach irgendwie so verwege da sind? Oh! Juhi! Und wieso habe ich das Gefühl, dass die irgendwie mit der FPS da ein bisschen Probleme haben, oder sonst irgendwas? Oh! Ja, jetzt werden wir noch mal wüten so ein bisschen! Geil! Bisschen Money hier! Oh shit! Oh! Oh! Geil! So! Es ist wieder richtig wütend auch noch und so! Bombe! Bombe! Und dann auch nur mit den ganzen neuen Fähigkeiten und so! Extrem geil! Shit! Oh! 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 Boom, vielen? Stell ich da grad irgendwie bei irgendeinem Veranstaltung oder sonst irgendwas? So! Oh! Jetzt sind wir näher! Oh! Das war aber richtig geil! Oh! Oh! aber da muss ich jetzt in die Sterne der Wolter-Kratzer in die Reise und sonst in den Dreck mit der Welt also das ist so gut so ich weiß doch nicht so warte da muss auch wieder da lebt auch noch da ist jetzt auch noch so weit mit an Bord geil wirklich nice wir könnten eigentlich noch zu uns oh shit ich will nur müssen auch mit am Start geil also ich weiß gar nicht mehr wer zu wen kann sonst irgendwas aber das reicht schon ich will da wünscht okay wir können aber die aber die ich will aber kurz wunderschön Kraft einsammeln und so perfekt das nicht kann man wieder irgendwie ausrotten oder jetzt wird so ungefähr vielleicht irgendwie mit dem Bode so sinkender Frachter okay oh wie nett ja ist mal so schlecht ist nicht schlecht unbedingt jetzt noch mal kurz durchschauen jede Menge Money jede Menge Money zog 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 alles kaputt Portman Freund auch Mann auch ja dann wieder mal schon kommen schon ein Gelb ist wieder mit am Start mit Ambro und Dingers nice na warte oh shit nice Bombe richtig geil so ne geiler Tacke und nice ich darf nicht vergessen da so und ho 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 einfach da so Meier gegangen einfach so locker locker flockig shit und dann noch nicht die Musik dazu alter vielleicht hau ich das lieber nicht bum 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 und Matrix-Uber mein Freund alter warte ok also ich hab mir schon gedacht ist Wander und ich muss nur fertig machen alter ich hab mir schon gedacht ich soll mir Sorgen da machen weil er so lang gebraucht hat nur bei einem also müssen wir so näher ran so schaffen wir das wohl eher nicht zu gut oh shit oh shit na warte na warte na warte ho 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 richtig geil okay so erledigt dann auch wieder nicht also ich bin schon ein bisschen müde und so aber nicht erledigt also dass du da immer so verzapst von dir so na wahnsinn zack 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 schöp auf alles mehr machen cool nice aber man merkt doch umso weiter man ihn wieder so weg ist vom Hauptzentrum umso weniger verliebst du dann auch leute richtig cool du bist wieder nur noch auf dich allein gestellt und sonst ging das aber dafür haben wir wenigstens schon mal die Ecke gefunden immerhin nice oh das war aber richtig viel was das eigentlich verloren hat auf einmal aber dafür dauert das auch eine Weile also einerseits ja und dannseits nein müssen wir da ein paar fertig machen hydragend ja zwölf müssen wir da unbedingt fertig machen unbedingt zwölf stück davon die frage ist nun ja es sind ja eigentlich aber okay also vielleicht sieht das nicht genau also komisch okay das ist dann wieder vielleicht ein anderer neuer bereich oder sonst irgendwas aber das sehen wir ja eh gleich gehen wir da einfach nur noch ganz kurz da so durch und schauen aber es schaut wirklich klein aus dieser bereich also entkommen ist ja ein böses wort also ich würde sagen nicht entkommen also ich würde sagen fliehen also der halk der tut natürlich immer gern fliehen vorliegen und so der ist nicht zu sagen so zu sagen also das ist nur so ein Mythos es in Wahrheit eine kleine Poste eine kleine miese Poste nein ich nehme einfach mal an müssen wir wieder zurückgörter das war ein kleiner Fehler hier und wie also durch ihn nicht und gehen durch mit uns dann brav alles kaputt machen alles kaputt haben auch ohne den perfekten Zorn machte hier gibt es in alle alle machen aber jetzt dann noch mit dem geschützten so Prozent kommen schon dadurch Alta auch schon ein kleiner Minitanschen hier aus vor Ort ist ein Wort hier so alt verlaufen aber auch mal so mal gemacht das ist und jetzt wieder nur da hat er noch ein bisschen schneller auch nicht so schnell schade nehmt auch mal mehr so eine andere Takt mehr so dass es nicht immer so die gleichen sind und level 19 perfekt leute perfekt so einmal zweimal dreimal viermal fünfmal sechsmal siebenmal und tausmal zack zack mach das schön mal kaputt und wie und wie es zuhast alter eine kiste also dafür haben wir den gegner dabei machen müssen aber dafür keine kiste ok ok ja aber da haben wir auch wieder genug bekommen dadurch so ist es dann auch wieder nicht dass wir nichts bekommen haben wow richtig fein hier nice oh shit alter was für ein gegner kommt da jetzt der typ hier oder wie na warte der bekommt hier eine Schelle ah da können wir auch noch was machen warte kurz für diese kleine welle was nicht immer kommt da dann die Uhr strömung richtig nice warte ein Muster mal kurz ok wir können da hier nicht durch ok 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 aber da können wir denn wieder also alter da gibt es aber viele so keine mini verstecke mini dungeons uiuiuiuiuiui schön düster das ist dann düster alter und zack drauf gesprungen ok ok jetzt wissen wir wenigstens das ist jetzt irgend aha hat was nicht bereit bis Uhr das hatte jetzt eh nichts damit zu tun wuiuiuiuiuiuiuiuiuiui over jemand kutschauer altewes States nirgwurmfeuer答 aus해주 aber da haben wir wenigstens den goldenen nice da holen wir uns jetzt auch lementen zuaren und dann werden wir immer stärker stärker und stärker nice nicht dass da dann irgendwie die hülle oder so kaputt geht dabei aber ne war dann gar nicht also das ist scheißegal jetzt ist er gar naja perfekt ja da muss aber schon ordentliches auszukommen aber mann bekommst doch richtig viel ich muss ehrlich sagen wer weiß ob das wirklich viel ist was ich immer so groß anspricht oder so weil man ja jedes mal so viel money bekommen im endeffekt können uns dann doch vielleicht im endeffekt dann später fast nichts leisten deswegen skin so naja skins da gibt es was eigenes dann wieder ja das schon so eingeplant wir uns dann mehr machen können alter hat er nur mit der wucht von seinem schlag der hinteren reihe gemacht und alles im märz so sagt na warte kurz na warte hochschild warte kommt zu 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 kommen schon ein bisschen gut wird dann natürlich auch dazu wir dürfen ja nicht wutlos sein oder aber man merkt schon ja das kann hin und wieder doch ein bisschen dauern obwohl sie keinen schaden machen aber mit dem halt das ist dann doch schon was feines leute das kann das wird das kann was alter ich frage ich mich wie sie sich jetzt schon alles ist dazu leisten können vielleicht zahlen sie dafür ich kann mich schon vorstellen dass sie das irgendwie oder mit dem zweiter kommt das kann auch möglich sein mit dem zweiter kommt dass sich das gefauft haben oder so kann man schon vorstellen kann man so gut vorstellen dass sie das so gemacht haben nee da gehen wir noch nicht wir schauen dass wir dann mal alles entdecken dass wir hier noch ein bisschen mehr ausrüstung dazu bekommen und so also typisch der abelmässig also bei mir jedenfalls also ich muss alles entdeckt haben im prinzip sind das dann eigentlich eh alles die gleichen maps nur kennt man sie halt am anfang noch nicht aber glaubst ich werde mir das merken wo was ist also das gewisse auch nicht ja um haben wir jetzt gelten wie nein er flieger verfugt aber okay jetzt haben wir jetzt dr schlösser jetzt habe ich mir gedacht wir können schade die geschah um mich steht aber hat gesagt warum man vorweg explodiert aber er hat 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 und die meister sind die meister sind die benutzung macht ich weiß nicht so schwer ist ja gar nicht hatte jetzt kommt auch noch ein golden oder zu mir wie gerade geht es da kaputt die lief aber kippt nabel das ist doch so dass wir jetzt nicht mehr sicher aus dem film zu ihr das kommt ein film von ihr mit einer schauspielerin wo ich mir denke wow es könnte interessant werden es könnte interessant werden ich kenne die gar nicht mal obwohl ich mir eigentlich das schon ein paar bessere das so vorstellen könnte oder so aber naja naja wir werden zu sehen ob das so geil ist der film aber ich kann mir schon vorstellen dass der film geil wird also captain marvel die 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 talken also der charakter und so alles drum und dran also die kräfte und so die dann mal extrem es reicht immer für die videospiele also dann extrem das immer so richtig kleine mächtige kräfte die sind hier richtig nice aber nur finde ich das neue kostüm irgendwie komisch also damit kann ich mich irgendwie nicht anfreunden sagen wir es so was davon bin ich jetzt nicht wirklich so ein großer fan und so ein neues kostüm aber sonst auch ganz okay ich liebe das alte kraft und meine wesen darauf wollte er keine bezug da hochschild wenn ja auch immer schwäche hier bereit ich kann ich bin wir machen aber auch richtig viele die gesucht also ich bin so ja ich drücke zu schnell diese zeigt uns ist auch jedes mal an und so aber die sind die ganze Zeit richtig flott unterwegs und so ich bin von mir auch ein paar Punkte hier halt nicht viel aber wir kommen ein paar Punkte unbedingt jetzt mal alles in schnell wie ich lauf sage ich sage mal das und die Karte entdecken und so okay das war es so noch schon dann auf geht's schild und das schüttet drinnen kuchen kauft so jetzt müssen wir da eh wieder dorthin zack 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 mache ich der hat auch immer alles kaputt ist es geben bieten naja also ich kann es nicht wirklich aber könnte könnte geben könnte wirklich wir gehen wird auch schon also richtig nein jetzt müssen wir mal uns ein bisschen umgeschauen hier hat man da gehen und so das ist 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 das so das will unbedingt zum Gegner von so wo wir haben jetzt kommt auch noch die gute zu uns das wirst du nicht der leben von das wirst du nicht der leben aber wie weit das immerhin reichen die auch richtig nice richtig sagt dass der tat viele die eigentlich sogar so wird das haben wir dann noch schneller sein die ganzen eps und so aber ich hätte mir jetzt irgendwie lieber doch irgendwie das so kraft dass ich da jetzt das alles selber ich kann ich auch schauen wie viele und da bekomme ich auch mehr xp und alles momentan wie das geht eigentlich wenn er schon alles aufdeckt hat muss man jetzt dann auch wieder nicht alles unbedingt sehen also schon recht nice gewesen wirst du so hätten wir gewusst wo wir noch nicht waren und wo schon hier wird das rechts da oben aber ist schon abgedeckt so wirst du sollten wir haben sie wirklich viele hier alter schild na warte da oben ist auch noch einmal natürlich holen wir uns den von da unten wirklich also halt also bitteschön so nie so so eigenständig nene 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 auch unser partner schon hin ich glaube das muss ein starker gegner sein oh mann warte schauen wir mal kurz darüber also irgendwas ist da auch das sind sogar mehrere sachen wie nett da gehen wir einfach mal zu dem ersten bei hin so ja schaut schon mal gut aus ok wir sie sind das jetzt fühlt ihr mit mir irgendwie alter geschehen so dann ja dann gehen wir mal kurz da so hin wie nett machen wir dann mal fertig und so genau zack 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 und irgendwas uuuu also da muss ich vielleicht hau ich das lieber nicht das wäre eigentlich vielleicht sogar richtig geil gewesen also Bro das solltest du doch ein bisschen aufpassen P I ja ich habe ja das schon ein bisschen gemerkt aber das ist ne gute Fall wo man dann das ganze zeug dann wieder hingeben und so irgendwas nice ist vielleicht zufällig dabei was ist denn das nochmal ja schon wieder ein Handwerk also immer schnell ein Handwerk ist der Wahnsinn Erfolgstruhe aha ok diese gegenstatt wird zerstört ne noch besser ok also legte das ablegen star hat also ablegen ja dann wuscheln legt nur das einfach ab wuschelst doch wenn er das nicht will dann will er es halt nicht so einmal zweimal schaut wie von Magneto aus ja genau habe ich gewusst habe ich gewusst nice ha 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 zack und zack also ich hoffe jetzt bekomme ich da noch die wichtigen Sachen dann zum einsammeln gut 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 und den Rest kannst du sparen aber wieder kurz einmal auf i so kurz durchschauen opa Erfolgsgebräu kann ich das da irgendwie da so einsetzen oder so ne schade ach so au oh es 750 shit regeneration und 30% chance so aber gürtel alter warum haben wir den grünen gürtel form haben wir komisch 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 da habe ich mich vielleicht wieder verdrückt gehabt und da habe ich es schon wieder nicht gemerkt und so äh du kleiner schlingel du wolltest dir die abonnenten hier verarschen und sonst alter sonst gibt es hier nichts also da haben wir ja drei oder vier so ja da lass das so liegen genau hast du ja eh recht ist ja eh irgendein Stück scheiße so dann ich frage mich wo jetzt wieder der Partner ist alter so aber ich geh trotzdem mit mir zu den Fragezeichen hin wer weiß was da wirklich da so abgeht also wer weiß wer weiß ob wir vielleicht doch nicht eben das Notgeile dort auf uns lauern könnte eben wüsstest doch immer bring uns he hh 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 und schatta hh hier mit jetzt ist es unser fixer partner wie gibt es nicht da vielleicht doch irgendwie dann noch sein wort wo ich da vielleicht dann doch noch meine sachen da verkaufen könnte das wäre recht nein wir weiterhelfen meine Freunde und mehr so kathatata alte Wende jetzt haben wir die Typen da schild und wir haben so wenig Platz schild lassen wir einfach die schlechten sachen fallen und nehmen uns die guten sachen ja also das schon so wenn du schon so fragst dann schon so eine antwort bekommst du auch so eine antwort okay trotzdem die ich da gern irgendwie so ein ausgang viel nur sonst irgendwo ist das man darf nicht oder sie machen es einfach steppe einfach so machen es einfach einfach genau so gibt es gäbe der auswahl so passieren dass die fackel gibt es kein also wirft noch also ich würde gern schon irgendwie sein lager haben schaust das kannst du schenken das war der kürz was ich spenden das war jetzt spenden also sind sie spenden vorteil für team helden ja wo kann ich denn das einsetzen mit team helden es wird mir ja nicht irgendwie so angezeigt hatte ich habe das da jetzt aber so geht ja nicht aber wir haben da jetzt einmal zack notwendigkeits ohne für ihn das werden wir das schon mal brauchen spenden 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 die hose kann man sofort spenden den helm wie schützt das ablenkwert na blickwert bomben und überhaupt nichts so generiert sofort 100 gesundheit und danach fünf sekunden lang sechs prozent pro sekunde hat sich gut dann hört sich wirklich gut an sowas haben wir da schon wieder elektra ui 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 ist der fantastik damals wieder mister fantastic immer mister fantastic das gibt es nicht so lange so wird der ist wie in einem Titel wochen sich ein Titel aussuchen soll das für ein Titel also schon sagt einmal den Titel da also sehr wahnsinn sind zumal stufe 4 alle an hier ist sozusagen sagt dann mal so könnte er nimmt wenn ihr nicht unbedingt das aussuchen Alta wie viele mani haben 13.000 Alta oh wir sind sogar ausrüstung für epischen platz 2 also das will ich jetzt gern wissen wie ich mir das kaufen kann wie nett zerbieter können 1000 ausgeben auswählen verkaufen spenden in der Luftschlacht um england hätten wir dich gut gebrauchen können kann ich kann ich das nicht irgendwie ich würde es nicht irgendwie rechtsklick um einen epischen gegenstand der zu halten besteht eine geringe stadt ist in einem kosmischen oder einzigen gegenstand zu erhalten diese ging schon kann nur von den aktuellen hin benutzt werden ja wow auswählen aha ok hm dann lassen wir das einfach mal so lassen wir es einfach mal so stehen irgendwann kapieren wir schon Waffen der hat ja gerade keine Waffen ich würde den da schon irgendwie gerne so ausrüsten so mit ein paar Sachen aber geht leider nicht also wenn ich mir da jetzt da hatte schauen wir mal kurz was wie ablehnen ja tun wir tun wir den Hulk spenden genau also ich glaube das ist sicher eine richtig gute Idee wenn man den Hulk einmal spenden würden aber warte kurz schauen wir mal kurz dass da vielleicht irgendwo so dazugehen können oder sonst können wir nicht können wir mal nicht okay dann habe ich keine ahnung was ich das bringen soll okay 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 so ja dann können wir eh wieder zurückreisen perfekt so oh da sind wir aber auch wenigstens jetzt einmal alleine auch oder auch nicht auch nicht so dann springen wir da einfach mal kurz so herum schauen wir dass wir ein paar Meier machen können alter sind dann schon ein paar zu viele hier am Start und das geht so nicht nice ja da müssen natürlich klappen kaputt gehen hui das ist ja ein Massaker hier ehrlich gesagt scheiße wie ist das denn ich will ja auch hier ein bisschen ein Urlaub genießen Alter also wenn wir schon wunderschön einsamen Insel sind einsam genau ich freue mich Ui 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 komm schon fliehen sie wo immer sie hin wollen wir sind nicht nur den Weg wohin aber na gut ja also deutlich mehr vor allem nee sie soll jetzt auch wieder nicht wo ganz ja da uuuuund nice zack magischer kühlt magischer kühlt kühlt alter du passt da rein oh man ok da müssen da hätten es wirklich Tetris spielen müssen also ganz sicher Tetris gespielt ja komm schon kapiert erstmal nice einfach so über ihn drüber geflogen alter dieser Bereich ist ja doch irgendwie schon riesig wie nett oh das ist ja eigentlich genau da von wo wir gekommen sind da hat uns doch jemand jemand durch die Nase geführt oh man oh man oh man dann zack 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 oder auch nicht hm das gebe ich gar nicht mehr oh shit das ist der Weg jetzt wirklich genau so ausgeschaut wie der von vorhin also da wo wir dann eigentlich erst in die ich sage jetzt einfach mal in die Station gekommen sind aha ok hm äh äh becken wieder ein bisschen was auch und so genau tot 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 geilere spiel wo du so den halk spielen kann vielleicht bei alternate allianz also das ist ja auch so im prinzip das gleiche eigentlich wenn man so nimmt es ist ein bisschen besser ich glaube da kommt dass du mit die charaktere auf level 100 sogar ich bin mir jetzt nicht sicher ich kann es vorstellen und das mit level hunderte sonstigen das war da gab es jetzt endlich mal also umso öfter die probierungen mehr leben bekommen wir dann wieder zurück da habe ich es endlich heute müssen wir dennoch wieder fertig machen überhaupt ein Problem zockt 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 aber das ist dann eigentlich so eine Riesen-Map ist findet man ja dann doch hin und wieder doch mal einen und fahrt euch eigentlich ähm wenn wir dann endlich dann auch wieder zur nächsten Stufe weil da sind eigentlich richtig viele sogar unterwegs und so oh shit ja warte schauen wir uns da noch ein bisschen gezogen um juli hier zu dem ja wahrscheinlich noch immer von den anderen Typen der wirst du rausgegangen ist nämlich jetzt einfach mal an also ich hoffe ich liege in die richtige wird es schon irgendwie verdammt dann noch mal so gleich ist aus dass es ist eine Punkte sind der eine Punkte auch nicht gleich ist komisch wirklich komisch oder vielleicht haben Sie es einfach nur so designt zugleich entschaut dann wieder die gleichen drei die wiederum zu aber wir haben ja eh alles geredet also nicht das deals vergessen nicht nur sonst sonst um auf uns in Eb Francis schön so 221 darunter cantobeschön nochmal ausselbst außen so doch irgendwie was neues da haben wir was neues na warte ach so das kommt gar nicht irgendwie das sehr halb schadenreduktion verteidigung perfekt das wichtigste ist einmal meine lieblings attacke dann die nächste zwei haben wir noch was wissen wir noch mal die eine attacke ich nehme mal an das ist die jetzt kurz wo ist denn die jetzt da haben sie alter der blinder hier hat er dann muss aber noch mal so und dann bestätigen und dann haben wir sie auch schon geschafft wieder nice dann können wir auch wieder ruhig und befriedigt rausgehen so das muss man schauen also das Ende sein oder so ui 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 laute ui 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 haso manche maps sind so übel du wirst groß also das ist ja wirklich abnormal wieso habe ich aber trotzdem das gefühl ist es dann doch irgendwie der eine weg sein könnte von anfang aber dann doch irgendwie nicht ist oh ja also sind knapp das ist die das ist der alter aber warum ist das dann da rechts sind wieder so komisch wirklich komisch wo ich dann gehen wir einfach mal wieder zurück und wo wir kommen sind und machen den einfach da mal den einfach da fertig genau schon mal was wir da jetzt noch zu erledigen haben genauso totalen freund und da ist aber das fragezeichen aber ich mache mir jetzt einfach mal den bereich fertig und wie du so rumfliegen die Halle und die Sohnleihung vom Schild ich frage mich wirklich die attacken eigentlich er von der Stärker werden oder sonst nicht oder was nicht so suchen kämpfen wir haben ja nicht wirklich unterscheiden also schneller ist schon das ist schon bei manchen attacken das sehr einfach schneller werden so einiges besser wenn die schnelle umso mehr geht es auch so und mächtiger sind dann auch noch die attacken und so und einfach nur perfekt leute einfach nur perfekt klein geistig der muss hier gleich einmal hoffentlich fliegt er jetzt nicht ne schaut eigentlich hier weniger aus wie wieder jetzt fliehen wenn er mehr angst haben hoher da ist vor Ort richtig viel zu kürzer Tata 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 siehst du Taschen warum man nicht schon wieder voll altes nie nie das ist nicht normal alter jetzt schon wieder vor man wir haben noch nicht mal gute sachen das ist ja auch noch trauriger jeder gibt es dann auch wieder so ein fragezeichen also wird es wahrscheinlich dann da so runter gehen oder sonst irgendwas warte dann müssen wir natürlich jetzt wieder auf genau ich sollte mir eigentlich die taste bis an mir oder so aha okay ja das geschütze und da halt einfach so auf aufteilen genau zuweisen perfekt aha na warte mein freund na warte jetzt haben wir da schon wieder was neues kapiert wenn ich da auch mal was hin wieder zu dem chaos ah ja das blau ist bitteschön wenn dir denn wir gehen wir gehen wir aber dann das so ja das sicher ja das recht behalten kannst du vertragen irgendwo bei schwarzmarkt wenn es wie ist also ich habe damit kein problem dann damit dann aber nur die grünen das gefühl weniger schaden aus alle angriffe basis verteidigungswert gesamt weniger schaden aha mehr punkte mehr punkte hört sich immer gut an aber was ist dann das links also links unten komisch also so ein zeichen hätte ich jetzt nicht irgend so in der richtung hm aber wir haben jetzt wieder ein bisschen was dazugelernt also das ist perfekt ok 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 weg einfach weg so damit auch weg 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 dass wir hier wieder ein bisschen mehr platz am alter da haben wir so viel scheiße immer und dann kommen dann immer wieder was neues Gute oh mein Gott doch das 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 sollte dann auch schon wieder reichen für so viel wo man dann auch wieder nicht her schenzen also das ist ja doch auch so viel ja wirklich kaum ok das ist alter schädig so viele Gegner manche ist doch so geil alter wir können sie ja das ist ja wirklich ganz alles doch das ist sondern sie sind wie das so kommen doch doch vor der wird schon wieder jemand schwach die in den gibt es dass die hier nicht sofort wird oder Albert aber ich bin da herzulisten und zum nächsten wort das war jetzt noch nicht so gut und nee das wollte ich eigentlich gar nicht nun steht das wirklich genau die meine ruhe aber jetzt müssen wir jetzt mal kurz hin perfekt perfekt nice so vielen dank fürs frühstück dankeschön sehr lieb also ist ja kein frühstück aha und jetzt schon mal ja okay also den haben wir jetzt auch befreit wie nett also die kämpfe jetzt alle für mich das immer kann man alles so allesamt unterwegs perfekt nice richtig nice auch wieder dankeschön halt für mich so viel unterwegs ist ja richtig nice ich habe gerade mein essen bekommen leute und nicht keine kurze richtig nice also richtige wunderschöne kombination daneben steht der wasser nur für alle fälle halte nun wieder muss er doch was trinken wenn ich so viel rede also wenn ich so viele rede alter noch so laut die schreie halber ins mikrofon manchmal ich bin schon mal kurz und wirken beide mitnehmen können perfekt auch nicht mehr schon gedacht wir können ja aber alle machen schade die geschahreizte gesagt sagt sagt die hofft die jahr hier auch ja und die amischen rieter sie richtigen sein hoffentlich die um die mut schon mal aktiviert werden 3 über weit machen wir sind so viele von unseren kollegen und so also machen sie so locker fertig das sind und das ist das ist das das war also du einfach nur so eine kleine teleportation da raus und so verpiste ich und da sind wir auch schon wieder bei dem einen bereich genau so ja dann würde ich sagen ich esse nochmal und wir müssen wieder ich weiß nicht ob wir dann dann eh wieder dorthin teleportieren oder sonst dem ist aber hm 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 um ich noch kurz vergleiche sonst ist es nicht dass sie die kisten für die epische ausrüstung die hier zu beginn deiner reise helfen mir ok da mal dann halt das hier ist das also da haben wir natürlich gleich mal die richten net okay dann müssen wir drauf gedrückt halten und dann schutzhelm also das wird dann wahrscheinlich vielleicht was anderes wartet dann machen wir das einfach mal da ok und jetzt haben wir einen neuen helm gesundheit richtig nice na wo das doch ein bisschen mehr kräfte dauer kräfte da ist dann wieder aber es klingt bestes schaut doch besser aus und so was haben wir denn da jetzt haben wir dann wir schon wieder was neues dazugelernt richtig geil das müssen wir wenigstens wenn der irgendwie was spezielles bekommen haben dann ok kann können wir noch nicht so auspacken wir können es noch nicht auspacken aber da haben wir was da haben wir was aha jetzt geht es plötzlich wieder nicht jetzt geht es wieder aha also geld also ich habe da schon ein bisschen rasch und gehört doch gut dann kommt da ruhig auf x-salm und art pool und der kai oder spielt sie immer ganz frisch und nein vielleicht einen neuen charakter oder sonst irgendwas der zweite ohr mein gott der karnetsch bei kreibern und dann kann ich nur zu tun tun wird dazu zagen ist ein sparen an abatt im nächsten wir spielen jetzt ein bisschen bilden die jahre wie wir das sind zeigt vielleicht ist es schnell los und sind es aber schon fasziniert was man dafür alle Charaktere das so findet und so richtig nice. Na gut, Leute. Bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao. Haut rein. Nice. Perfekt. Geil.